Footvolley, das ist ein Mix aus Beachvolleyball und Fußball. Zwei Spieler pro Team, drei direkte Kontakte, jeder Punkt zählt. Die Regeln sind wie beim Beachvolleyball, nur hier wird nicht mit Händen gespielt, sondern mit Füßen, Beinen, Kopf oder Brust. Ursprünglich kommt die Sportart aus Brasilien, aber auch in Deutschland werden immer mehr Turniere ausgetragen. Also die meisten haben einen Beachsoccer-Hintergrund oder Beachvolleyball-Hintergrund und viele der Mitinitiatoren haben Brasilienbezug. Also sind selber Brasilianer, waren dort mal zum Austausch, zum Urlaub, haben es dort kennengelernt, die Faszination dort mitgenommen und den Virus mit nach Deutschland gebracht. Und der verbreitet sich zurzeit relativ rasant. Die Sportler kommen sowohl vom Fußball als auch vom Beachvolleyball. Einer von Deutschlands Besten, wenn nicht sogar der Beste, ist Mo Obheit. Und der hat eine Vorgeschichte im Fußball. Aktiv war er bei Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Eine schwere Verletzung stoppte früh die Profikarriere. Im Footvolley hat er nun seine neue Leidenschaft gefunden. Man muss sagen, dass zum Beispiel die Beachvolleyballer relativ entspannter in den Sport reinkommen als Fußballer. Weil die Bewegungen sehr antifußballerisch sind. Also man spielt den Ball eigentlich flach im Fußball. Der Kopfball wird meistens entweder aufs Tor gemacht oder weit hinaus. Hier ist es halt so, dass man nah ans Netz kommt und die Bälle wirklich runterhaut. Auf die richtige Technik kommt es an. Die sogenannte Shark Attack ist der wohl spektakulärste Spielzug. Generell bietet Footvolley lange Ballwechsel und viel Schönes fürs Auge. Und das macht den Sport so attraktiv. Vor zwei Jahren waren wir zehn Spieler vielleicht. Und jetzt sind wir weit über 100 mit zehn Klubs in Deutschland. Also einen konkreten Fünfjahresplan haben wir nicht. Wir haben auch keinen Druck und lassen einfach alles auf uns zukommen. Lockerheit und Gemeinschaft gehören zum Footvolley wie die Sonne zum Strand. Das Beste kommt, wie immer, zum Schluss. Man höre und staune, Mo Opheit war zu seiner aktiven Fußballkarriere kein Spielmacher oder Edeltechniker, sondern er stand im Tor. Kein Problem, auch wenn man beim Footvolley nicht handgreiflich werden darf. Ja, da ist schon, also wenn du ein ganz normaler Torhüter bist, ein klassischer Torhüter, dann sieht schon sehr hässlich manchmal aus. Zum Glück ist Mo Opheit kein ganz normaler Torwart. Spektakuläre Flugeinlagen, ganz ohne Handgreiflichkeiten, bleiben also garantiert. Spektakuläre Sprecher Plage Plage Untertitelung des ZDF, 2020